Stehe ich jetzt eigentlich noch hier oben? Könnte ich den eigentlich so angreifen? Okay. So kriegt er mich nämlich nicht. Haha, weil ich hier auf diesem Vorsprung bin. Okay. Ich muss ihn nur wieder reizen. Was war das denn? Ich bin sofort tot gewesen. Scheiße. Also so funktioniert das auch nicht. Was hat denn? Ach da. Okay. Okay, jetzt hat er wieder genug. Okay, der Abschnitt ist anscheinend auch wieder geschafft. Kann ich denn euch damit töten? Ja, locker easy kann ich euch damit töten. Okay. Aber es wird wahrscheinlich noch öfters jetzt passieren. Ich habe hier nur noch einen Schuss. Ich hoffe mal. Ich kriege dann wieder Muni für den Raketenwerfer. Sonst habe ich ja keine Chance gegen das Viech. So, mein Leben ist voll. Wohin jetzt? Hier schräg runter. Zickzack. Okay. Wah. Tschüss. Ah, hier sind... Hier sind Raketen. Wie komme ich wieder hoch? Ohne Spaß. Wie komme ich hier wieder hoch? Gar nicht. Ich bleibe hier dauernd hängen mit diesen Viechern hier. Ach, guck mal. Es ist tot. Okay, aber ich muss jetzt noch die Dinger hier, die Viecher, überleben. Oder ich gehe einfach noch eins tiefer. Hallo? 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 Boah, es ist fast nicht möglich, die so zu treffen. Ist es vorbei? Ist es vorbei? Okay, aber die Spinne, die ist doch jetzt tot. Gut. Also die Große. Alter, meine Nerven, ey. Ich meine, es ist nicht schwer. Ich spiele auf leicht. Ich weiß, aber... Das... Das... Das geht schon an die Nerven. Es ist da runtergefallen und dann ist ein Portal entstanden. Das Leben. Ich muss erst das Leben holen. Kann ich mich denn hier einfach fallen lassen? Nee, nicht so richtig. Ich muss da schon reinspringen. Oder hier vielleicht. Doch, hier komme ich aber so rein. Ja, das wollte ich. Ui, 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 ui. Erstmal wieder im Bad nehmen. Ganz gemütlich. In der Badewanne sitzen. Whirlpool. Ein bisschen... Ja, die Muskeln entspannen. Den Muskelkater hier rauskriegen. Oh, das tut gut. Und jetzt geht's weiter. was zum was war das denn interloper was sind das für viecher okay das sind vortigons hoch das war nicht so gut jetzt falle ich schon wieder da rein das gibt's doch gar nicht wie blöd muss man eigentlich sein ich renne jetzt mal hier entlang ja super hier sind überall diese löcher diese mini spinnen die nerven ja extrem mal wo geht's denn hier lang ist denn jetzt langsam mal schluss okay aber das sind diese großen ist das hier auch eine heilquelle ja ist es okay aber ich muss dann sicher wieder oben raus und hier sind immer hinterlassenschaften von menschen was habt ihr hier nur gemacht ey so jetzt die frage muss ich gegen diese großen viecher kämpfen gegen die fliegenden ach das sind wieder die aber die krieg ich ganz gut platt weiß noch nicht ob dann endlos oft welche kommen okay einer weniger kann ich aber auch nichts einsammeln oder von denen da ist noch ein vortigons und da sind wieder so plattformen ok der vortigons ist weg da oben ist irgendwas irgendeine waffe oder so na komm schon okay aber die kann ich nicht angreifen die machen mich nur tot wahrscheinlich da oben ist irgendwas den krieg ich so nicht oder wow wie fliegen die denn total abgefahren so der ist weg einfach mal wieder abspeichern und jetzt gucken wie komme ich hier ach da fallen immer wieder neue vortigons runter aber hier habe ich jetzt eine ganz gute ausgangsposition wo ich gerade stehe ist jetzt noch da der vortigons nee fragt sich nur wie komme ich hier rauf komme ich denn von hier darüber das ist doch wieder so ein mörderchump oder müsste ich irgendwie noch in diese löcher hier rein das kann ich mir auch nicht vorstellen ja aber jetzt sterbe ich doch ja natürlich sterbe ich dann ich muss da rein und die spucken mich dann wieder aus aber wohin dann das muss ich genau timen und was mache ich dann wenn ich da oben bin ach so ich muss dann ich muss ganz hoch und dann muss ich wieder zu dieser plattform da wahrscheinlich da ist dann mein nächstes portal aber ich muss mich da ausspucken lassen also das war schon mal nix das mache ich gleich nochmal ich kann dann auch nicht richtig steuern in der luft ich kann echt nicht so richtig steuern könnte ich denn auf denen da landen auf den Viechern müsste ich jetzt vielleicht zu dieser plattform da kommen überlebe ich das ja so einigermaßen ich speicher mal okay aber der tut mir hier noch nichts ich schätze mal dass ich darüber muss weil das ist nur irgendeine Muni okay Raketenwerfer hat gar keine Muni mehr oh man ich muss hier mit dem äh wie soll man das denn schaffen mal ganz blöd gefragt oder muss ich auf ja da fliegt hin und dann verschwindet er ich muss vielleicht doch auf einem dieser Viecher landen da fliegt auch wieder eins hin und dann verschwinden sie einfach puff das gibt es nicht bin ich abgebremst in der luft aber auch wieder ein bisschen Verlust naja ein bisschen Schwund ist immer ja ich muss irgendwie auf einem dieser Drachen landen anders kann ich es mir nicht erklären und zwar auf dem der da so rüberfliegt also muss ich erstmal auf die Plattform und hab jetzt fast kein Leben mehr jetzt könnte ich mir das holen aber da muss ich wahrscheinlich nochmal ganz von vorne anfangen so welcher von denen fliegt jetzt da hin ist es der der einen ticken höher ist weil der ist zu tief hier der hier hallo oh man wenn das funktioniert aber kann es sein dass das Portal hier das ist jetzt noch gar nicht eingeschaltet oder muss ich das erst irgendwo einschalten nee das ist ein Portal okay man arbeitet sich hier wirklich von Level zu Level über diese Portale ich höre Vortigorns hier ist wieder einer die sind alle tot also gegen Menschen muss ich hier offenbar nicht mehr kämpfen gegen Soldaten eine Heilquelle wäre jetzt schön so einen kenne ich ja noch ich hoffe ich Vielen Dank.